Was ist ein Waldfantasie? And the Rest of Silence ist eine Waldfantasie. Es sind verschiedene kleine Szenen, die sich zu einem großen zusammenfügen. Es ist ein Spaziergang durch den Wald mit seinen unterschiedlichen Facetten. Der Wald als Quelle der Ruhe, als Oase, aber auch der Wald als etwas Mystisches, als Heimat von verschiedenen Tieren und Pflanzen. Ich habe versucht, in diesem musikalischen Spektrum von circa 8,5 Minuten all diese verschiedenen Bilder in ein Ganzes zu fließen, fließen zu lassen und so ein Stück entstehen zu lassen, was sich direkt und indirekt mit dem Titel auch beschäftigt. Insofern ist das im Stille auch eine entscheidende Rolle spielt.